Musik Emilys Mami ging zum Grabstein und die ganze Geschichte kam wieder hoch. Sie fuhr zur Disco und versprach ihrer Mami, dass sie kein Alkohol trinkt. Hi, willst du etwas Alkoholisches trinken? Nein, ich bin mit dem Auto hier. Als sie später wieder nach Hause fuhr, weil sie müde war, wurde sie von einem betrunkenen Autofahrer angefahren. Kurz danach begann ihre Fahrerflucht. Nach ein paar Minuten kam eine Unbekannte, die den Rettungswagen anrief. Später kam ihre Mami an den Unfallsort. Ein Sanitäter versucht, sie wieder zu beleben. Hat sie noch eine Chance? Nein, sie hat keine Chance mehr. Es tut mir leid. Musik 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 Oh, it's okay.